So, meine Lieben, das ist im Moment jetzt das Video für die Carola, also nur auch für die Carola gültig in diesem Fall, ihr könnt es euch natürlich gerne anschauen. Und die Carola hat mir drei Fragen geschickt, ihre Daten und das ist ja auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, denn für eine astrologische Beratung brauche ich Geburtsdatum, Zeit und Ort. Ich habe mir das Horoskop im Vorfeld schon angeguckt, auch zu den Fragen und genau deshalb schauen wir uns das Ganze jetzt mal im Detail an. So, wir haben hier natürlich das Horoskop von der Carola. Ich blende auch die Daten natürlich nicht ein, denn das soll ja alles möglichst anonym sein. Ihr könnt natürlich auch gerne einen anderen Namen angeben, wenn ihr das selber machen wollt. Carola ist Zwillinge mit einem Löwe-Mond und Löwe-Aszendenten, dadurch dreimal männlich mit ganz viel Power und Energie und es steht ja Jupiter, Venus und Mond zusammen. Sie hat also eine ungemeine, sehr große Fantasie, einen sehr großen Gefühlsreichtum, den sie in sich trägt und eine sehr liebevolle Art zu kommunizieren, hat aber immer mal wieder das Thema auch mit Vorgesetzten oder Ähnlichem. So, und darum geht es jetzt auch gleich. Es geht zum einen um die Partnerschaft, denn sie hat eine Trennung erlebt. Es zeigt hier auch der Saturn direkt an ihrem siebten Haus und zu dem Zeitpunkt dieser Trennung, habe ich mir vorher angeschaut, ist es so, dass die Sterne aber hier schon sagen, Carola, dass ihr nochmal eine Chance habt, wenn ihr beide mit einer notwendigen Ernsthaftigkeit hier rangeht. Auch der laufende Uranus bringt eben diese Veränderungen mit sich, dass man hier jetzt auch diesen nächsten Schritt geht, des Zusammenzuges. Und das ist vielleicht ein Thema gewesen, was in der Vergangenheit jetzt nicht ganz so stark gewesen ist, aber die Sterne sagen eben schon, es kommen jetzt diese Gespräche über einen Zusammenzug hier rein und man wird also hier auch relativ schnell und zügig über Möglichkeiten sprechen im neuen Jahr, wie das Ganze aussehen kann und wird. Also von der Grundkonstellation hier, da auch zu dem Zeitpunkt der Trennung die Venus noch in der Rückläufigkeit war, ist es so, dass das jetzt wieder angekurbelt wird und die Sterne meinen eben auch, dass bis zum 10. Dezember hier bereits schon wieder eine ganz andere Situation da sein wird für dich, für euch und sich das Ganze eben sehr positiv und gut gestalten wird. Parallel ist es so, dass du natürlich aktuell und im Moment noch in einer Leidensphase drin bist, die wird aber mit den ersten Signalen, die von deinem Gegenüber hier kommen werden und die werden definitiv kommen, wird es relativ schnell wieder in eine stabile und gute Geschichte sozusagen münden. Und das finde ich mal einfach hiermit das Allerallerwichtigste und dass man hier wieder in eine Situation einfach reinkommt, ja. Also die vor allen Dingen einfach wieder positiv sein wird, ja. Und wo ich der Meinung bin, man steuert hier einfach wieder auf das Ganze zu und mach dir da erstmal nicht die ganz großen Sorgen drum, meine Liebe, ja. Also die Partnerschaft geht definitiv wieder zurück in die Stabilität, ja. Wir schauen uns parallel dazu nochmal einmal kurz den sekundären Mond an, der ja hier jetzt ins erste Haus gegangen ist. Also es geht erstmal darum, natürlich sich auch um dich selber zu kümmern, aber auch hier mit diesem wunderschönen Aspekt auf deine Bestimmung, auf deinen Mondknoten kommt hier definitiv wieder das Ganze sozusagen in die richtige und in die positive Richtung hinein. Parallel hattest du gefragt, wie es aussieht im beruflichen Bereich, da stehen Veränderungen und Umstrukturierungen an. Auch das ist schon bereits seit früher wohl ein größeres Thema innerhalb deines Berufes, ja. Und hier sieht man, dass diese Veränderungen aber sehr viel Glückhaftes bringen werden. Denn der Jupiter läuft jetzt dann auch im ganzen kommenden Jahr in dein Berufshaus und letzten Endes dann auch auf deine Sonne drauf. Hier geht also mehr Verantwortung mit einher. Man wird hier also Optionen stellen und bieten und die Sterne sagen eben auch, dass hier eine Unterschrift erforderlich sein wird im ersten Quartal nächsten Jahres. Und auch der finanzielle Bereich sich dadurch in 2024 deutlich verbessern wird. Des Weiteren war die Frage zur Gesundheit. Hier solltest du unbedingt auf den unteren Rückenbereich achten. Das ist also eine Situation, die sich jetzt nochmal ganz stark einstellen wird. Die Sterne meinen aber, dass es jetzt nicht zu irgendwelchen großen Katastrophen kommen wird. Natürlich können wir hier nur die Tipps aus dem Kosmos geben und natürlich keine Diagnosen stellen. Das sind natürlich rein energetische Hinweise, die hier kommen. Aber ich glaube eben auch mit den neuen Aufgaben, die hier auf dich warten werden, vor allen Dingen im beruflichen Bereich und auch mit der Festigkeit im Partnerbereich, wird es dann auch 2024 ein ganz vitales Jahr für dich werden. Ja, meine liebe Carola, ich habe schön vorbereitet gehabt und ja, glaube, dass deine Fragen soweit beantwortet sind. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns hier wiedersehen. Ansonsten natürlich kannst du auch gerne immer nochmal eine direkte 1 zu 1 Beratung bekommen. Und wer ein Video möchte, ganz einfach über PayPal, Link ist unten drin. Bitte die Geburtsdaten mit angeben und die Fragen ganz präzise reinschreiben. Stichwort Videoberatung. Und ihr könnt mich auch über WhatsApp anschreiben. Das ist nochmal noch der einfachere Weg, weil dann kriegt ihr auch den Link und dann könnt ihr auch sagen, ob das Video öffentlich oder eben nicht öffentlich sein soll. Aber so, dass der Link immer für euch abrufbar sein wird. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mikel. Ciao.